Der Bastard ist ein Ganzjahresgrill. Ganzjahresgrill heißt, du brauchst auf gar keine Witterung zu achten, denn wir haben eine Keramik und das ist ein Vorteil für dich, denn wenn die Keramik einmal ihre Hitze erreicht hat, dann kann das Wetter ihr nichts antun. Ein kleiner Tipp, wenn ihr irgendwo wohnt, wo es Staub, Blütenstaub oder viel Dreck gibt, dann empfehle ich euch das Cover für deinen Bastard, damit er auch immer schön sauber ist.